sehr schön hier wird die vier so kleiner was hast du denn okay übernehmen die kontrolle ok wenn wir die alle mal in eine so richtig dicht nebeneinander wird schwer das bist ja gar nicht die zwei der wurde erobert ziel wählen ist ein kleiner fleck na ja männer mal besser bessere idee wird gebaut das extraktor bauen wir schließlich haben jetzt ja doch von unserem kosten so leeres teil komm her zwei wandliche anhalte wie man es bei dir aus ziel stehlen ja kann sich die loktieren keine ahnung wurde wurde erobert ziel wählen ich check das nicht nein sorry im mastermind kapiere ich nicht was mit der funzt soll warnung spaltgenerator aktiviert bau abgeschlossen unser stützpunkt wird angegriffen einheit verloren und ich kann meine raffinativen bauen ungeeigneter bauplatz auch mein portal wurde zerstört sich das richtig abgebrochen das ist gemein nein ich hätte doch meine johnding und alles fertig gehabt lauf meine kleine meine kleinen freunde lauf fach feindliche einheiten gesichtet einheit wird angegriffen der da wirklich alles umgenutzt so ne kacke ey warum ist er auf mich drauf wie viel leben denn noch wow okay wird gebaut also was bist du infanterie okay bauen wir das denn hier auf unser stützpunkt wird angegriffen haben die meinen die haben meine hauptbasis zerstört bau abgeschlossen ich hab's nicht nochmal gemerkt neue bauoptionen okay feindliche einheiten gesichtet wird ausgebildet bist du auch gegen das stützpunkt wird angegriffen das kann ich jetzt nicht sehen so wir verlieren die kontrolle ja verlieren die scheiß kontrolle ihr misstinger ey ok rein mit dir feindlicher stützpunkt gesichtet so und der rest von meiner armee die noch lebt nach oben boah man ey was die alles raus genockt haben boah ich hab da echt keinen überblick momentan gehabt das war einfach wirklich von der einen zur anderen sekunde reparatur läuft wo das hab ich dran noch was das mir zeigt unser stützpunkt wird angegriffen so rein mit dir und ihr da drauf da schauen wer besser ist naja ich glaub meinen gut so was ich bau nix geht ja gar nicht wird gebaut ach komm schon das ding da unten ist auch zerstört worden du willst mich wohl verarschen boah feindliche einheiten gesichtet gebäude erobert einheit wird angegriffen einheit verloren ok hier steht er ungefähr noch ein wenig verteidigung feindlicher stützpunkt gesichtet bau abgeschlossen nur noch hier einheit befördert einheit befördert na das sind 3er auf auf feindliche einheiten gesichtet gut wurde besser gesagt schlecht neue bauoptionen so ok der gewittersturm macht's auf jeden fall ist es gut ah oh nein hier geht zurück hier soll doch noch gut gegen Flughanheiten oder hier nein so gut ich bin wieder wegen Star Wars mir auch echt ich schlag gegen den hier angegriffen so weg mit dir ich glaub ja auch nicht dass du jetzt was gegen mich machen kannst wird angegriffen reparatur luft noch einer oh der junge bleib auch mal hier verdammt ja das ist eigentlich mein verdammtes ding hier ich hab doch so ein Ding gebaut ah da ist es ja feindliche Einheiten gesichtet Woterschiff gut ist die Frage was hab ich noch nicht das sehe ich ja sobald ich das Ding errichtet habe aber es war jetzt nicht so nah dass jetzt noch einmal so ein Ding kommt und der haut dann noch einmal alles weg so Orange war ja am Arsch der Welt so geh du mal für mich voraus unser Stützpunkt wird angegriffen neue Bauabzimmer okay wurde zerstört die hab ich zerstört dann machen wir es so ah ihr sammelt hier ich verstehe sammeln sich für einen Angriff wundliche Anleiten gesichtet das ist ja was kein Bauern davon hat kaum halb und mehr wir machen hier den ganzen scheiß Krieg so Puh zum Glück haben wir einen kleinen Aufklärer hier das wird nicht so großig aussehen wir müssen einen kleinen Überblick verschaffen wer überhaupt noch lebt okay der ist jetzt fällig den macht der hier nieder Blitzturm okay der ist mir scheißegal so von da wird mich jetzt wohl keiner mehr angreifen allerdings noch von hier so Schutzschild ist unten sehr gut ja gleichzeitig können wir das Ding nicht bauen wird ausgebildet okay feindlicher Stützpunkt gesichtet unser Stützpunkt wird angegriffen okay wenn das Ding zerstört wird dann kommen die Berien raus gut zu wissen warte mal weg damit okay ich hab keine Infanterie gebaut da dauert noch ein wenig bei dem wir greifen jetzt da unten an ich will der Orange platt haben oh die waren gerade angegriffen feindliche Einheiten gesichtet das ist gut ich hoffe Orange ist bald platt es spielen immer noch vier Stück Einheit wird angegriffen die Frage wer spielt alles noch Einheit verloren Unser Stützpunkt wird angegriffen oh Gott so wenn jetzt alle von da kommen dann greifen wir auch das Ding jetzt erstmal von da an komm schon rüber unser Stützpunkt wird angegriffen ja da ist es nur noch hier gegen den anderen gegen den Gegner ist nur die Frage wie viele von diesen verdammten ähm Dingern gibt es hier von dem verdammten Scrin die der einheit wird angegriffen ja lieb kämpfungen wie ich ihr Knie aber es wird euch nichts nützen einheit gefordert So Hier geht man in die Mitte wieder Boah, ich hab keine Lust gegen alle auf einmal zu kämpfen Falls es das sein sollte Ich hab die doch errichtet Zwei Drei Okay Ach lol, jetzt ist es genau andersrum Einheit wird angegriffen Wird ausgebildet Bau unterbrochen Abgebrochen Wird gebaut Ich glaub, da will einer zuerst sterben Okay Bau abgeschlossen Aber er muss sich trotzdem gedulden Zwei bleibt hier Drei Geh da mal dorthin Da stell ich trotzdem noch eins auf Man weiß ja nie, von wo die Dinger dann kommen So Bauen wir nochmal so ein schönes Ding Wurden auch gemoscht Okay, das ist auch wieder so ein großes So Okay Der Kleine kommt auch nochmal hierher Und du kommst auch immer da her Mach das Ding alle So Das ist euer Angriffsziel Erlaub Feindliche Einheiten gesichtet Okay Na los Ich werde nicht aufgeben hier Vergiss es So Einen brauche ich dann noch zur Verteidigung Zumindest einen Falls sie dann hier schon Anders angreifen sollten Weindliche Einheiten gesichtet Einheit wird angegriffen Weindlicher Stützbau gesichtet So Ja, das gewinnen wir Die haben nämlich keine Flugabwehr Allerdings frage ich mich jetzt, wo ihre Flugzeuge sind Ihre Rabenschiffe Ja, das ist wirklich der Einzige Ja, dann Wird dir ja mal viel Spaß So Mach den dann auch weg So, erstes Ziel Ist Das Ding, das ich nicht hab So Das ist Ziel Nummer 1 Einheit wird angegriffen Okay Die müssen erst mal sterben Ich habe nur noch eine Minute Das scheiß Ding zu zerstören Okay, jetzt bauen wir die Verteidigung So Das scheiß Ding hier erstmal kaputt Jetzt auf, auf Startseinheit kooptet Dass wir nicht so weit fliegen können Das sind nur 45 Sekunden Naja Unser Stützpunkt wird angegriffen Hä Was schießt denn da Achso Verteidigungsanlagen So Erstmal das Ding hier kaputt machen Schnell Einheit wird angegriffen So Du gehst mal auf den da Du gehst auf den da Du gehst auch auf den da Ach was Wir gehen alle auf den da Einheit wird angegriffen Ich habe gehört Ich baue noch so ein Ding Wird ausgebildet Wie gesagt Die machen einfach mal den ganzen Krieg So Komm schon Stirb Einmal noch Leiner Lümmel Einheit wird angegriffen Startseinheit kooptet Ich merke mal, dass wir gehen da hier Egal So Bob Posten weg machen Will nicht, dass er jetzt noch irgendwo anders hin baut Schießt hier noch jemand auf mich? Ich sehe sonst niemanden Ah lol, okay Einheit wird angegriffen So Weg damit Ich habe nicht genug Zeit gehabt Unzureichende Mittel Es ist wieder so auf die Fluganheit hier So Jetzt muss ich wieder drehen, sonst bin ich verwirrt So Du kommst nach da vorne und bist aggressiv Nicht vergessen Einheit wird angegriffen Und ich glaube ich kann auch die scheiß Flubeanheiten hier Jetzt sind die Wie viel ihr seid Na endlich So Alles kaputt Hauen hier Zack 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 So. Einheit wird angegriffen. Unterstützende wird angegriffen. Es kommen schon wieder solche... Alter, die unterstützen sie sich? Wo kommen denn die ganzen Flieger wieder her? Ich kann es mal auf den letzten Mal. Oh. 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 So. Lammabier. So. Ja genau, machen wir erstmal das Hauptding kaputt. Das ist immer ne kluge Lösung. Alter, da kam der jetzt nicht wirklich aus diesem Kraftwerk rausgeschissen. Da dürfte überhaupt nix rauskommen. Oh. 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 So. Ich komme mal wieder auf meine... Bei mir oben hin. Einheit wird angegriffen. Inverteidiert mich nicht. Starts Einheit kooptet. Repair to lift. Oh. Wandliche Einheiten gesichtet. Die schweren nicht ohne Grund da oben rum. Komm schon. Ich muss mich alles selber machen, ey. Spiel dir mal ein wenig aggressiver. Einheit wird angegriffen. Jetzt wird das so ein Raumschiff. Ist der was? Technologienzeiten braucht jetzt wieder ab. Wird gebaut. Genau, das kostet wieder. Einheit befürchtet. So. Okay. So läuft es also. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ach, ihr gehört dazu. Okay. Wettrennen. Er schafft die Gebäude schneller kaputt. Ich hoffe, die haben sich noch nicht überall eingenistet. Bau abgeschlossen. Unzureichende Mittel. Wird gebaut. So. Los, löschen sie aus. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gah, die haben sich da oben versteckt, die scheiß Dinger hier. Wie ist das scheiß Ding hier? Alter, was lebt denn noch? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Bau abgeschlossen. Gegner besiegt. Boah, scheiße ey. Okay. Du musst irgendwo hier sein. I will find you. And I'll kill you. Oh Gott, ich bin zu verwirrt ey. Okay. So war die Karte normal. Boah. Fuck, Alter. Wird gebaut. Oh, aber wirklich das letzte Gebäude noch gewesen. Mann, 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 Mann. So, du lässt dich wieder auf. Und denk dran, bleib aggressiv. Bau abgeschlossen. Okay. Die haben wir jetzt wirklich alle Dinge hier außen rum zerstört. So, falls noch einer auf die Idee kommt, hier nochmal lang zu gehen. Madix hier wird er merken. Da oben, Madix. Okay, du mal da runter. Dich hab ich ja... Ist die Frage. Wo ist der letzte und was ist der letzte? Es waren ja extrem viele Scrin dabei. Bis jetzt. Okay, du bist da. Also, wenn er dann dort auch nicht ist, dann krieg ich total Panik. Dann hab ich nämlich keine Ahnung, wo er ist. Boah, scheiße, Mann. Signal-Transmitter. Signal-Transmitter. Äh... Signal-Transmitter. Was bist denn du für einer? Oh. Na, brauche ich erst wirklich Rookie. Ah, Strom habe ich jetzt massig. Okay. Letzt du dich wieder brav auf. Na, ich hab keine Ahnung. Geht aber mal zum... Ding hier. Zum Flugfeld. Eieiei. Okay, wenn ich jetzt kein Scrin gespielt hätte, dann wäre ich jetzt vermutlich schon im Arsch. Spätestens nach dem, ähm... Boom-Teil da. Nach diesem Spalt. Da wäre es dann bei mir Ende gewesen. Weil, äh... Weil da wahrscheinlich dann meine ganzen Flieger gewesen wären. Zum Beispiel bei GDI. Dann wäre das weg gewesen. Und die hätte ich dann unbedingt gebraucht gegen die hier. Weil ich bräuchte acht Flieger für ein soer Ding. Und dann mache ich das komplett weg. Und da waren das vier. Ich glaube das waren... Ja, oder sechs. Keine Ahnung. Hm. Das ist die Frage wirklich. Bist du da? Guck, guck. Warte mal. Bauarbeiten laufen. Bau unterbrochen. So, ich will erstmal 500 haben. Weil dann schaue ich nämlich gleich was nach. Jep, mein Kleiner. Okay. Komm schauen, 500. Warte mal, ich kann ja kein Kraftwerk verkaufen. Ich brauche ja nicht mehr so viele. Gebäude. Gebäude verkauft. So. Okay. Okay. Die sind alle noch ungenutzt aus. Und nirgendwo ist ein Gegner. Was wachst du da? Achso. Da ist Ende. Tja. Tja. Welche soll ich brauchen? Alles, was ich brauche, ist das hier. Wird ausgebildet. Ich habe jetzt nämlich eine scheiß Vermutung. Nämlich, dass diese verdammten Gegner nicht mehr wirklich existieren. Dass er schon wirklich veralber ausgelöscht wurde und irgendwo noch, ja, gelebt hat. Oder überhaupt noch irgendwie lebt. Okay. Den Schwamm lassen wir mal hier. So. Wer bist du? Ah ja, okay. Stimmt. Dahinter kann noch irgendwas sein. Jetzt verwenden wir einfach mal unsere Einheiten. Um überall hinzugehen. Und entdecken wir die ganze komplette Karte auf. So. Dann sehen wir ja, wo eine Einheit angegriffen wird. Mal schauen, wie es dauert, bis wir dann die scheiß Gegner finden. Kommt doch mal alle in die Mitte. Okay. Kommt doch mal alle in die Mitte. Okay. 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 Ach lol. Wie macht dich denn mal Tiberium was aus? Und dann? Okay. Okay. Aber wo sind die Gegner? Okay. 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 Wenn ich wüsste, wo gelb gewesen war. Bei Stronghold war es immer leichter. Da konnte man... Ja, ich rede momentan ziemlich viel von Stronghold. Ähm. Da... Ähm. Gab es eben mal einen Grabstein? Es stand dann drauf hier. Starb, Sir, Stronghold. Oder sowas. Aber das habe ich hier gar nicht. Keine Ahnung, wo der Gegner ist. Das ist doch gelb, oder? Wird ausgebildet. Das ist vielleicht das letzte Gebäude. Das Gebäude da oben, weswegen er überlebt hat. Feindlicher Stützpunkt gesichtet. Hm. Okay. So. So. Ich will nur die hier. Bein mit euch. Mal schauen, wer schneller ist. Ich bin Gebäude zerstören, oder... die anderen. Ist wirklich dieses Gebäude das letzte Gebäude? Das, weswegen er hier noch überlebt hat. Boah. Lustig wäre es ja, wenn es so eine Art Gewittersturm-Generator gewesen wäre. Und er dann wirklich gegen den letzten Gegner kämpfen würde. Und der würde ihn nicht fehlen tun. Und der würde ihn einfach mit dem Generator hier platt machen. Bis zum Schluss. Es wäre klar. Aber nein. Es wird knapp, meine Kleinen. Es wird verdammt langsam. Na los. Schneller. Ach, wisst ihr was? Ach, wisst ihr was? Was ist das? Was ist das? Entweder ihr seid schnell genug. Oh, lol, 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 lol. Gegner besiegt. Wir haben gewonnen. Oh, war wirklich der Endgegner. Da hat er sich auf den zweiten Platz geschmuggelt. So, ich bin übrigens blau. Ja. Also. Einheitenmäßig war ich gut dabei. Gut. Am Ende sind die anderen abgekackt. Deswegen bin ich so weit oben. Aber ne, ranzoomen kann man nicht. Superwaffe. Ja, die haben alle ungefähr eindeutig gehabt. Sieg. Ich. Wer siegt? Okay, zwei Stücke nie beieinander gleich. Ja, der gelbe ist so spät am Schluss. Der wäre wahrscheinlich auch irgendwo da vorne. Gebäude. Was waren die Gegner überhaupt? Ich wüsste gerne mal, was die Gegner hier waren. Also. Also. Ähm, Alien. Alien. Raider Buggy ist glaube ich not. Dann. Alien. Alien. GDI. Kampfgruppe ist glaube ich auch wieder not. GDI. Ich würde mal sagen, ähm, die Gegner wurden einfach von den, ähm, Aliens hier überrannt. Ach, da kann ich das sehen. Ja. Habe ich richtig gedippt. Komplett richtig. Geil. Ich habe 100 Punkte. Ach ne, ich habe einmal not gesagt. Schatz GDI. Vier. Aliens. Sagen wir mal drei Aliens. Also das ist schon richtig brutal. Da wurden die wirklich gemoscht. Und naja. Das war's auf jeden Fall von heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.